Ja, bei mir kostet jetzt 2.000. Gut, dass ich das gerade noch rechtzeitig gesehen habe, sonst hätte ich jetzt ein Problem. Ich habe nämlich schon ein anderes Zeug noch gebaut gleich. Komm schon, ich brauche eine Saucen. Die Saucen! Was ist denn das? Wo ist denn das? Richtig, dafür habe ich ja Helikopter. Ja. Oh, das sind 1200 kosten die Dinger. Leck mich. Ich brauche eine Kaserne. Komm schon, bring mir Geld. Ich fliege ein wenig schneller. Ich brauche erst mal eine Kaserne. So. Dann gehe ich erst mal hier. Würde ich auch mal bauen. Also die habe ich auf 5 gelegt. Oh, der Gegner hat schon Infanterieeinheiten gebaut. Der ist chinesisch, der eine. Ist das nicht gut. Du musst es ja unbedingt auf dem Mittel machen. Naja, wenn wir verlieren, ist auch nicht so schlimm. Doch. Los geht's. Da haben wir nämlich verloren. Nehme neue Position ein. Und verloren zu haben, ist scheiße. Komm schon, ich brauche Geld. Komm schon. Spezialeinheiten bereit. Komm schon, was bist du überhaupt? Ich bin China, so wie einer. Schlitzauge. Schlitzauge. Rassismus. Sag mal, kann man Brücken noch sprengen? Ne, glaube ich nicht. Oder? Ich weiß es nicht. Du bist ja der Profi. Ich bin kein Profi. Doch. Sei ruhig. Versprich mich immer. Was liegt an? Ich bin doch verboten. Ich brauche 20 Abwurfzonen. Sofort. Immer mehr. Bin unterwegs. Sie müssen alle gleichzeitig bereit sein. Dann kann der Spaß beginnen. Soll ich vorausgehen? Zeit für einen Tapetenwechsel. Zeit für einen Tapetenwechsel. Was brauchen Sie, General? Verdammt, wir sind in der freien Wildbahn. Da gibt's keine Tapeten. Tapeten kann überall hin klatschen. Ich klatsche dir auch gleich mal eine. Ja, eigentlich. Ich nehme erst mal was ein. Einwandfrei. Was habe ich Geld für... Hab ich da eben eine feindliche Einheit gesehen? Den scanne ich mal. Ich hab... Ich hab schon ein bisschen Verteidigung. Ich hab doch gar nichts, weil alles hier so scheiße wie Geld kostet über den Kack-Alliierten... Boot- und Luftarwehr-Stellung. Was? Ähm... Das bau ich doch jetzt gleich mal. Made in USA! Made in USA! Oh mein Gott! Ich bin so gut wie tot! Wir sind die Besten! Hilft mir mal jemand? Ich hab Made in USA! Hate in USA! Hate in USA! Was nimmst du die auch? Weiß ich nicht. Ich hab kauft, ich krieg die Deutschen, weil... Weil... Darum eben. Wenn die USA drauf ist, dann ist auch USA drin. Guck bitte! Ich mein, wenn du den Beugen Scheiße kaufst, da war das noch eine Scheiße drin. Moment. Was ist das da jetzt bitte? Das ist meine Kommandosunktionale. Na, bauen wir ein paar Laser-Abbildgeschütze. Vielleicht taugen die ja wirklich was. Ich glaub's zwar nicht, aber... Ich hab'n Flugfeld! Hey! Weil ich das ganz dringend gebraucht hab. Was ist das? Kannst'n da bauen, Mix? Oder... Wat is? Mein Mix wahrscheinlich nicht, ne? Welche kannst'n da bauen? Wie viel und was? Was für ne Fliege? Ich kann Repto bauen, Aurora-Bomber. Nein, kann ich noch nicht bauen. Tankarm-Bomber. Da hab' ich zu wenig Geld. Und Comanche. Comanche. Okay, ein Abwehrsystem. Punkabaster? Okay, der Tankarm-Bomber. Was, Punkabaster? Ja. Nicht Punkabaster? Nein. Das Programm ist scheiße. Ich glaub' ich hab' meine Angriffswaffe grad' gefunden. Ich baue mal Command Chief. Ich baue gleich mal das nächste Laser-Geschütz. Made in USA. Immer noch. Oh Gott. Was bringt mir die Instanz-Zone? Soll ich vorausgehen? Egal, ich werd's bald herausfinden. Noch was, dass ich irgendwo einnehmen kann. Toch. Guck mal Waffenfabrik bauen. Spezialeinheit bereit. Könnt' ich ja langsam mal bauen, ne? Muss etwas repariert werden? Marquette-Magazin oder 5% fernlich fertig. Oh, der erste war ein DG. Oh Gott. Nehme neue Position ein. Los geht's. Heißt euch. Heißt euch. Ich führe sie zu deiner Basis. Nein, sie greifen... Verdammt. Aufmitte greifst du dieser obere Gebäude an. Okay, das ist verloren. Oh, heilige Scheiße. Nein, Schrott. Keine Ahnung. Keine Verteidigung, doch. Du hast doch ein bisschen Verteidigung. Laser-Crusader, cool. Ja, hab ich. Aber mein besetztes Gebäude, das ich da besetzt hab. Diese Entsatzzone. Was auch immer die bringt. Strategiezentrum. Das brauch ich. Wenn ihr das irgendwo hinbauen könnt. Was ist denn so Platz? Das gibt's doch nicht. Da ist Platz. Ja, dann bauen wir das Gerüst. Und ich hab Luftreinheiten. Okay, ihr wollt also Stress, was? Ihr wollt richtig eins auf die Fresse, wie? Wir greifen an. Ja, wir greifen an. Ja, wir greifen an. Ja, wir haben ja eine Luftrappe, ja. Die Infatrization ist es nicht. Das ist ja gemein. Ich weiß. Ja, natürlich. Befördert nämlich mehr Fahrer. Die sind alle schon einmal befördert. Das ist das Schöne. Oh, 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 weg, 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 weg. Jetzt brauchen wir noch einen Reaktorturm. Was macht der da? Was macht wer da? Truppentransporter. Keine Ahnung. Feindliche. Macht erstmal Pause. Kaffeepause. So, jetzt sehen wir mal kurz alle Feindlingeinheiten. Oh, das klingt interessant. Das brauch ich. Und ich kann Abwurfzonen bauen. Die sind aufgerüstet. Vielleicht noch einer gebaut. Abwurfzonen kenn ich gar nicht. Ja, die werfen Geld ab. Ja, ich kenn bloß China. Ja, dann kenn ich nicht. GBA ein bisschen, aber ansonsten. Neue Nachschubwege gesichert. Hä? Ach so. Eins, zwei, drei. Upgrade aktiviert. Ah, genau was ich brauch. Ein Upgrade. Ja, Sir. So, der hatte einen Unfall. Entbring, ja. Entbring, ja. Luftunterstützung unterwegs. So, langsam sollte meine Basisverteidigung doch ausreichen, denke ich. Baut lieber noch ein bisschen mehr. Ach, das wird schon aufgerüstet. Lieber zu viel als zu wenig. Gerne. Atomrakete? Sag mir, dass du die gebaut hast. Ich hab die gebaut. Moment, meinst du das ernst? Ja. Klar. Moment, lange hab ich gedacht, der Feind hat sowas gebaut. Nein, die ist doch türkis. Das seh ich doch nicht. Du bist doch ein mehr helles Blauro. Bist du farmblinden? So, jetzt das Gerüst. Ja, für mich sind alles rot. Alles pink. Voila, fertig. Allzeit bereit. Für mich ist die ganze Welt schwul. Beider arbeiten. Für mich ist die Welt braun. Braun, wie meine Unterhose. Was liegt an? Meine Unterhose ist vorne braun und hinten gelb. Gute Unterhose. Nicht andersrum. Nein. Alles roger. Führer, Sir. Komentschi bereit. Komentschi bereit. Wird zumindest so teuer wären. Noch irgend was. Na ja, vielleicht brauche ich doch noch Panzer dann später. Kann ich überhaupt? Hm. Sonst noch was? Pegger bauen. Upgrade aktiviert. Voila, fertig. Wir brauchen sie sowieso, später. Was bauen? Die Hecke. Kann ich nicht bauen. Meck mit taktischer Atomwab-bombe. Äh, da fliegt gerade rote Artillerie über die Map. Rote? Ja, rote. Wieso geht die zum Gelben? Weil der Feind mal wieder nicht verbündet ist. No. Hab ich die nicht verbündet? Ne? Ja, wahrscheinlich nicht. Als wenn sie bei mir nicht einschlägt und bei dir nicht einschlägt. Ja. Ja. Okay. Egal. Guter Untergrund, ja. Es wird schon. Oh, da brauchen wir noch ein paar Reaktoren. Oh, hier gehen bald die Ressourcen aus. Also noch welche. Och, sowas. Und da kriegt sich das erste Mal eine Luft landen. Guck, wir brauchen noch mehr Abwurfzonen. Ja, sonst noch was? Diese Faul-Gesindel. Ja, Sir. Hab ich nichts erlaubt schon ausgehört? Höh? Achso, die greifen mal wieder meine Luftlandung an. Ja, ja. Einheit verloren. Höh? Die haben sie sogar abgeschossen, ich bin beeindruckt. Ich höre, Sir. Sieht gut. Bringt ihnen zwar nix, aber hey, nett. Wir müssen das gemacht haben. Natter Versuch, Jungs. Was liegt an? Doch, brauchen wir noch mehr von den Dingern. So ist das Gerüst. Ich hätte gern mal ne Anzeige, wie viel Energie ich insgesamt verbrauch. Upgrade aktiviert. Ich mein, die Berium Sun haben sie das doch auch hinbekommen. Oh. Ne Zahl willst du da haben, oder was? Was? Ja, ne Zahl. Damit ich weiß, ungefähr, wann muss die neue Kraftwerk geboren. Und... Siehst du doch an den Pfeil, da. Jaaa. Ein bisschen. Ein bisschen, ja, toll. Es muss reichen. Es ist doch scheiße. Gatling. Jetzt bin ich mal gespannt, was meine Luftverteidigung macht. Äh, meine Bodenverteidigung. Sie ist gar nicht mal so schwach. So, ich brauche noch mehr von den Luftlandezonen hier. Ich hab keinen Platz mehr. Gute Endergon. Voila, fertig. So, also forsch ich mal sinnlos alles? Ne, nein, noch nicht. Mikrowellenpanzer. Ich kann Mikrowellenpanzer bauen, dann kann ich Gerichte in der Mikrowelle zubereiten. Allzeit bereit. Leider Arbeit. Ich brauche noch mehr Landezonen. Die sicherste Mikrowelle der Welt. Oh man, Panzer. Was ist fertig? Oh, kann ich noch eine bauen? Nein, kein Geld mehr. Verdammt. Ich bin beschäftigt. Ich bin beschäftigt. Halt's Maul. So, gerade bist du. Du brauchst nur ein wenig. Du bist, naja. So, decken wir mal die ganze Karte wieder auf. Können wir auch gleich mal testen, ob er Brücken zerstören kann. Jaja, die greifen meine Flugzeuge an. Wie bitter. Einheit verloren. Was? Ach so. Ja, das ist mal einer, die Geld bringt. Die darf. Die kommt eh unbegrenzt wieder. So, jetzt testen wir mal, ob er diese Brücke platt machen kann. Können wir die nämlich auf einen? Sieht schlecht aus. Ja, mit Maschinengewehr. Damit wird's bestimmt gehen. Freiluft. Bist fertig? Na, endlich. Kannst du hier gleich mal noch eine bauen. Neues Bauprojekt? Ja. Ich brauche noch ein Kraftwerk. Und du baust mir mal ein paar Tickekanonen. Einheit verloren. Ich werde noch recht viele Einheiten verlieren, habe ich das Gefühl. Raptor, Aurora Bombe. Kettens, ja toll. Hä? Was ist da denn? Was ist da denn lieben geflogen, komm? Dass du. Wahrscheinlich wieder so ne Artillerie. So, ist zwar wenig sinnfrei, aber ich nehm' Laser-General und setz' dann auf Lufteinheiten. Das ist schlau von mir. Gibt's auch Luft-General? Ja. Ich hab' überlegt, ob ich den zuerst nehm' aber ich hab' gedacht, Laser, das klingt interessant. Weil ich sag' einfach, die Verteilung ist auch sau interessant und ich hab' keine Ressourcen mehr. Hey, du hast noch Ressourcen. Ein bisschen, ne? Alles klar! Ich hör' das, Sir. Leife an! Einheit verloren! Bunker Busterbomben bereit, Sir! Yeah! Alles klar! Upgrade aktiviert! Was gibt's zu tun? Oh, sie hat aber noch ein Reaktor. Oh, noch mehr Einheiten! Da freuen sich meine Einheiten, da werden sie befördert. Fliege zum neuen Zielgebiet! Crusader-Panzer bereit! Alliierte Atomrakete ist gestartet! Boah! Was, Atomrakete? Oh, was denn Alliierte? Na dann! Boah, jetzt schmeißen sie die Dinger schon wieder daneben! Einheit verloren! Wieso? Dort getroffen! Ich mein' nicht die Atomraketen! Ich mein' diese Geldpakete, die sie abwerfen bei mir, aber... Die werfen sie gern mal daneben! Ich baue noch mehr davon, ich brauche Kohlen! Ich klaue mir mein letztes Geld auch noch raus hier! Freilich! Äh... Naja... Einheit verloren also! Ich habe auch Hacker! Ach schon! Hacker! Abwurfzonen! Einzig wahre, Mann! Oh, du bist fertig, dann brauchst du nur Abwurfzonen! Füßen wir einen besseren Platz! Guter Untergrund! Ich komm' aus der Luft! Ich komm' von oben! Ich hab' zwei Einheiten aufgedeckt, cool! Wer ist wo fertig? Es kann losgehen! Ja... Einheit verloren! Bauen wir noch irgendwo eine... Hier ist noch Platz! Du brauchst noch... Du brauchst auch noch... Guck' mal was der Gelbe so macht! Endlich fertig! Weiter arbeiten! Nix! Ich lege das Fundament! Ja... Wahrscheinlich! Einheit verloren! Einheit verloren! Der Rote macht ihn grad glatt! Sonst noch was? Yes sir! Tarnkappenbombers sind bereit! Allzeit bereit! Hey! Hey! Was machen wir an der Comenchi? Ist doch noch geboren! So... Moment... Am, am, am! Ne, die dauern noch ein... Hey, cool! Das überlebt man Flugzeug, Mann! Und ne Beförderung! Hä? Eine bringt mir nix! Ich glaub' nicht, dass ich hier noch groß befördert werde... Greif' mich überhaupt nix an! Naja, ich muss auch schon selbst angreifen, damit hier was passiert! Naja... Sog' erstmal irgendeine Flüsse mit Geld hab... Hopp' nochmal das da auch vorher... Ja, will das Geld daneben, verdammt!